Ja, jetzt kommen gleich ein paar Bilder. Wer einen empfindlichen Magen hat oder nicht sehen möchte, wie ein Luchs ein anderes Tier verzehrt, der sollte jetzt vielleicht kurz für eine Minute mal nicht zuschauen. Ja, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit lang hier durch den Wald gelaufen und bin jetzt hier an so einem Aussichtspunkt. Ich habe das Ganze stark rangezoomt. Hier kann man Luchse beobachten. Und die nagen hier gerade irgendwas an Knochen ab. Da vorne sieht man es noch ein bisschen besser. Und da sitzen noch zwei. Ich versuche mich jetzt möglichst leise zu verhalten und werde mir das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier der Luchs unter mir fauchte gerade schon und ist auch recht aufmerksam. Aber ich glaube nicht, dass er mich auf die Entfernung unbedingt direkt wahrgenommen hat. Ja, das ist heute mal ein etwas anderes Video. Ich habe jetzt das Glück, dass ich gerade passend hier bin zu der Zeit, wo keine Menschen da sind und die Fütterung wohl stattgefunden hat hier in diesem Luchsgehege. Es sind insgesamt fünf, was ich sehen kann. Einer sitzt da links in dem Busch noch. Er hat sich gerade bewegt. Zwei direkt vor mir. Einer dort, wo auch schon einiges an Knochen liegt. Und hier unten ist noch einer direkt am Nagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen näher rangehen mit dem Zoom. Ja, das sollte es dann jetzt auch schon wieder gewesen sein. Heute mal mit diesem etwas anderen Video.